So, hallihallo und damit herzlich willkommen. Wir sind in einer neuen Aufnahme-Session. Die alte liegt ein bisschen zurück. Wir produzieren wieder ein bisschen vor. Eigentlich ist das bei Lego nicht ganz so schlimm, da die Steuerung nicht allzu schwer ist, ein Glück. Können wir die verhauen? Jawohl, die können wir auseinandernehmen. So, die haben wir. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, wo wir sind. Natürlich. Das sind ein paar Münzen einsammeln, ist klar. Wir sind den T-Rex und dem anderen das letzte Mal im Kommen, soweit ich mich noch erinnern kann. Die haben da ja einen Kampf ausgetragen und wir sind dran vorbei. Jetzt wollen wir mal schauen. Wie es weitergeht. Wieso hatte er denn gerade Y angezeigt? Naja. So. Können wir hier was zusammenbauen? Nee. So, wir sollen wir natürlich erstmal Münzen. Das ist ja wohl klar für den wahren Überlebenden, war das? Wahrer Überlebender. Genau so war das. Das können wir leider nicht kaputt machen. Alles klar, das kann ich abschießen. Jo, dann wollen wir das mal mit dir abschießen hier. Ups. Ah, mit dem können wir auch wechseln. Guck mal, das habe ich gar nicht herausgefunden gehabt. Aber, so. So, zusammenbauen glaube ich ist egal welcher. Nur hochspringen, das können glaube ich immer nur die weiblichen Charaktere. Wir nehmen natürlich hier noch die Münzen mit. Das sollte jedem schon bekannt sein, der dieses Let's Play verfolgt. Dass wir hier im Sammelwaren sind. So. Und dann hoch da. Wenn sie das dann macht. Jawohl. Okay. Aber nicht das, was ich danach dachte. Und jetzt springt sie. Hallo? So. Jetzt sind wir hier rauf. Oh, oh. Ja, wir müssen die aber erstmal runterkriegen. Oder kommen die anderen hier auch hoch? Ne, kommen sie nicht. Das ist es ja. Also wenn wir mit der eben schon Schwierigkeit hatten, da hochzukommen. Dann glaube ich nicht, dass wir das mit den anderen schaffen würden. Achtung! Ich glaube jetzt können wir wechseln und was daraus bauen, damit wir da hochkommen. Siehst du wohl. So, jetzt brauchen wir ihn. Dann komm mal her hier. Sehr gut. Jetzt sind wir zumindest mit ihm hier oben. Mit Dr. Grant. Okay. Okay. So. Dafür brauchen wir ihn. Mal sehen, was hier sonst noch so ist. Die mit der Waffe können auch immer die Pferden lesen, nämlich. Solltet ihr aber auch schon längst wissen. Können Sie damit etwas anfangen, Dr. Grant? Jawohl. Das kann er. Ich schätze, ich bin dran. So. Wer schätzt, er ist dran? Ich glaube, er kann klettern, war das, ne? Wie mich nicht alles täuscht. Genau. Ich muss mal gucken, wie das war. Ah ne, stimmt. Er hat ein Seil in der Hand. Kommst du hier irgendwo mit deinem Seil? Verklettern müsste er ja eigentlich einfach so. Ich gucke gerade. Oder war das er? Einer von denen konnte klettern. Das weiß ich noch. Na. So. Er war das. Fallschirm freigeschaltet. Okay. Eine neue Fähigkeit von ihm, oder was? Dann... Oh, hier. Ein paar Infos für dich. Abenteuer wie... Hm. Können mit einem Gleitschirm gleiten. Drücke hierfür zweimal A und halte A dann gedrückt. Okay, dann werden wir das mal machen. Dann kann ich das wohl doch. Das war gar nicht so einfach. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, da nochmal hochzukommen. Können Sie das benutzen? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Wir machen das nochmal. Also, das war ja mega schlecht. Das will ich jetzt nochmal ausprobieren hier. Schande. So. Das sah doch schon besser aus. Na gut. Kannst du damit was anfangen? Okay. Jawohl. Okay. Und wie komme ich an die anderen Münzen? Gar nicht. Na toll. So, du hast aber ein Seil. Mit einem Haar. Das wusste ich nämlich noch. Oh. Ähm. Billy wollen wir. Der Billy kann klettern. Okay, jetzt wollen wir rechts rüber. Kommen wir mit dem da ran geschossen. Nein. Und von hier. Jawohl. Aber wir treffen uns nicht. So, jetzt haben wir uns ganz an den Rand gestellt. Nein. Das wird leider nichts. Na gut, dann wollen wir hier rüber. So, dann nehmen wir das weg. Wir müssen ja schauen, dass wir die... Den Haufen wollen wir nicht durchschauen. Wir müssen ja schauen, dass wir die anderen rüberkriegen. Was bauen wir denn da Schönes? Okay. Ah, ja. Alles klar. So, jetzt wechseln wir mal rüber eben, damit wir hier einsammeln können. Gut, das haben wir auch. Kriegen wir... Geben wir nochmal... Irgendeiner muss das doch aufmachen können, oder nicht? Hier oben. Nee, ne? Nee. Aber wir hatten doch hier hinten auch noch einen. Erstmal haben wir hier noch... Nee. Ich wechsle mal auf den nächsten. Kannst du das... Nein. Ich dachte, er könnte das vielleicht kaputt machen. Auch nicht. Wir werden doch hier... Da oben. Kannst du denn das zumindestens? Das trifft er ja. Eins von drei. Aber wo ist denn der Rest? Den einen treffen wir nicht. Damit... Ist nicht. Schaffen wir den vielleicht von der Brücke aus? Jawohl. So, dann haben wir zumindest schon mal zwei von dreien. So, die andere haben wir leider nicht, um in den Scheißhaufen zu springen. Grant hat da auch keinen Bock drauf. Kann ich ganz gut nachvollziehen. Hätte ich auch eher weniger Lust in so einen Haufen... In so einen Megahaufen Dino-Kacke. So, die machen wir alle. Da ist noch einer. Jawohl, im Kollektiv hier. Massen Schlingerei. Und wir haben wieder genug Münzen beisammen. Bevor ich jetzt weitermache. Ich muss schnell was schauen. Die Lautstärke ist okay. Die Einstellung scheint... Bildschirmgröße. Ist auch alles in Ordnung. Video-Einstellung. Ich muss schnell was schauen. Ist alles in Ordnung. Denn ich habe bei anderen Spielen... Vor kurzem Probleme gehabt. Wie bei Metro. Da war die Spieleinstellung... Völlig... Hinnos. Warum? Weshalb? Keine Ahnung. Ich habe da nichts eingestellt gehabt weiter. So, nehmen auf. Und nachdem ich das gerendert habe... War die Bildqualität miserabel. Aber ich war vom Zeitmanagement her... Kam ich nicht hinterher, das nochmal alles neu aufzunehmen. Und war ziemlich verärgert deswegen. Na gut, jetzt kann ich es nicht ändern. Hier ist aber alles super, so wie es scheint. Hier stimmen die Einstellungen. Hier stimmen die Einstellungen. Und wir genießen weiter dieses Let's Play. So. Ich weiß gar nicht, warum ich noch so viele Münzen einsammle gerade. Das frage ich mich gerade hier selber. Stopp. Den brauchen wir. Und da wir ja alles beisammen haben. So. Wir müssen ihn benutzen dafür. Na. Dürfen wir da ran? Jawohl. Und was finden wir? Da ist eine Videokamera. Sieht aber ziemlich lädiert aus. Oh. Eine Videokamera. Hey, nein, nein, nein. Jetzt würde ich sie auch mal haben. Gebt sie dir, kommt so und gib sie mir. Da ist ein großer Karabinerhaken. Die Kamera läuft noch. Er ist noch am Leben. Ich weiß, dass er noch lebt. Eric! 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 Der Spinosaurus, Level abgeschlossen. Jawohl, wir haben es geschafft. Wieder einmal. Sehr schön. So, das überspringen wir mal schnell. Den wissen wir ja nun auch. Zwei, drei, vier. Bis jetzt haben wir immer nur so vier im Dreh, ne? Der Cooper? Wer war der Cooper? War das der, der auf dem Flugzeug landete? Boah, ist das laut gerade. Ich habe das Gefühl, wir sprengen die Ohren gerade weg. Obwohl ich die Aufnahme, die Lautstärke ziemlich leise habe, also sollte da kein Problem sein. So, fortsetzen. Ah, hier können wir auch sehen, wie weit wir sind mit allem. Auch gut. Rennflacken, okay. Na gut. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Von da kamen wir. Wer soll jetzt hier lang? Jawohl. Ach, wir sind wieder in der freien Welt. Das ist es. Und so wie es ist in der freien Welt, können wir so viel Münzen sammeln, wie wir wollen. Ich glaube, sie respawnen auch. Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, hier kümmere ich mich auch weniger ums Sammeln. So, was haben wir denn hier Schönes? Da sollen wir das erstmal auseinandernehmen. Und der Mann, da soll er unter. Nee, da über. Nee. Nein, nicht rufen. Okay. Wir gehen nochmal mit dem anderen hin. Nee, sie soll das sein, ja. Sie kommt doch da gar nicht rüber. Und kaputt schreien kann sie es auch nicht. Juhu. Ah, mit Anlauf war das Ganze. Okay, das hätte der Kirby auch erstmal wissen müssen. So. Äh. Gedrückt halten, oder? Nee. Wir müssen hier wieder... ...die Fingermuskulatur beanspruchen. Um dieses Tor aufzukriegen. So. Genau. Und ein Tritt reicht dann. Bam. Offen ist er. Autopod. Schade. Ich dachte, wir könnten den benutzen. So einsteigen. Nee, geht nicht. Verdammt. So, dann nehmen wir erstmal Grand wieder. Wir gucken, dass wir ein bisschen zügiger durchkommen. Ja, also zwei, drei Sträucher muss ich... Das ist Pflicht. So, dann haben wir uns durchgeboxt. Wir brauchen eigentlich Billy, aber wir haben gerade geschummelt. Wie ihr gesehen habt. Da waren wir ein bisschen schneller. Aber es wird nicht so viel ausschlaggebend sein. Denn jetzt kannst du hier... Oh, doch nicht. Da oben. Was zusammenbauen, damit die anderen auch hochkommen können. Also so schlimm war das jetzt auch nicht. Das ist... Die Spille-Palle. So. Wir machen das natürlich trotzdem. Und wo haben wir das? Ach, die Kamera will nicht gerade. So. Jetzt haben wir es. Ach so. Und dann können wir da alle dran hochklettern. Genau so war es geplant. So, und wir haben natürlich den richtigen Weg nochmal uns vorgenommen. Soll ja keiner erzählen hier, ne? Wir erschienen uns den Weg oder... Bug-Using oder was weiß ich nicht. So, die machen wir aber alle weg. Denn das finde ich gut. So. Und wir schauen, was wir hier haben. Mhm, 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 mhm. Wir brauchen Paul wieder. Sehr gut. So. Wieder eine Fährte. Wir müssen dann irgendwas zusammenbauen, oder? Oder etwa nicht. Nein, Quatsch. Natürlich irgendwas, was fehlt, um die Tür aufzukriegen. Oha. Hier. Na. Dass wir den treffen. Okay, keine Ahnung, was wir jetzt ausgelöst haben. Wir sagten, dass wir da rein wollen. Ähm. Also, ich möchte da eigentlich gar nicht rein. Habt ihr mal gesehen, wie viele kleine Cheetahs da drin? Hier von denen. Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Ich lese. Bitte. Untertitelung. BR 2018